Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen. Dienstag, der 8. Juni. Früher habe ich geraucht wie ein Schlot und ich war mal in einem vornehmen Haus, wo ich zum ersten Mal war. Und nach dem Mittagessen habe ich meine Zigaretten aus der Tasche geholt und habe kurz in die Runde geguckt und mehr so pro forma gefragt, kann ich hier eine Zigarette rauchen? Und dann war es still und dann sagte die Hausfrau, ja. Und selbst ich damals habe verstanden, dass dieses Ja kein Ja, sondern ein Nein ist und habe die Zigaretten wieder eingesteckt. Also in Japanern sagt man das nach, dass die Modulationen für ihr Hai-Hai haben, was von begeisterter Zustimmung bis zu schroffster Ablehnung reicht und immer dasselbe Wort ist. Und mit dem Ja kann man wirklich viel machen, vom einfachen Ja über das Ja-Ja oder das Ja-Ja. Da gibt es alles Mögliche und am Ende bleibt vieles übrig, aber so ein richtig klares Ja nicht. Und davon spricht heute Paulus im 2. Korintherbrief. Denn das ist unser Ruhm und dafür zeugt auch unser Gewissen, dass wir in der Welt, vor allem euch gegenüber in der Aufrichtigkeit und Lauterkeit, wie Gott sie schenkt, unser Leben führten, nicht aufgrund menschlicher Weisheit, sondern aufgrund göttlicher Gnade. Denn wir schreiben euch nichts anderes, als was ihr lest und kennt. Ich hoffe, ihr werdet noch ganz erkennen, wie ihr uns zum Teil schon erkannt habt, nämlich, dass wir euer Ruhm sind, so wie ihr unser Ruhm seid am Tag unseres Herrn Jesus. In dieser Zuversicht wollte ich zunächst zu euch kommen, damit ihr ein zweites Mal Gnade erfahren hättet. Von euch wollte ich dann nach Mazedonien weiterreisen und von Mazedonien zu euch zurückkommen, um von euch für die Reise nach Judäa ausgestattet zu werden. Dies also wollte ich. War ich dabei etwa leichtsinnig? Oder will ich das, was ich will, dem Fleische nach, sodass bei mir zugleich Ja, Ja und Nein, Nein gilt? Gott ist treu, er birgt dafür, dass unser Wort euch gegenüber nicht Ja und Nein zugleich ist. Denn Gottes Sohn Jesus Christus, der euch durch uns verkündet wurde, durch mich, Silvanus und Timotheus, ist nicht als Ja und Nein zugleich gekommen. In ihm ist das Ja verwirklicht, denn er ist das Ja zu allem, was Gott verheißen hat. Darum ergeht auch durch ihn das Amen zu Gottes Lobpreis, vermittelt durch uns. Gott aber ist es, der uns mit euch auf Christus hin stärkt und der uns gesalbt hat. Er hat uns auch sein Siegel aufgedrückt und als ersten Anteil den Geist in unsere Herzen gegeben. Ich rufe aber Gott zum Zeugen an bei meinem Leben, dass ich nur, um euch zu schonen, nicht mehr nach Korinth gekommen bin. Wir sind nicht die Herren über euren Glauben, sondern wir sind Mitarbeiter eurer Freude, denn im Glauben steht ihr fest. Ja, vielleicht merken Sie jetzt, warum ich so begeistert von diesem Brief bin und warum man damit nie fertig wird. Also der Anlass ist klein und irgendwie auch ein bisschen schäbig. Der zweite Brief, der Tränenbrief, den wir nicht mehr haben, der kam wohl ganz gut an, aber die Spannungen sind nicht erledigt. Und dann muss Paulus einen Reiseplan ändern und ein Versprechen korrigieren. Er kann jetzt nicht ein zweites Mal nach Korinth kommen und das wird ihm von seinen Gegnern, die plötzlich wieder da sind, sind offensichtlich sehr übel genommen und sie setzen auch in Zweifel die Verlässlichkeit seiner apostolischen Verkündigung. Und da springt er wie von der Tarantel gestochen und das merkt man ja hier. Und fährt mit ganz dickem theologischen Geschütz auf diese Frage los. Und dabei gelingen ihm aber Formulierungen, die durch die Zeiten gehen und die so herrlich sind. Also, dass Jesus nicht ein Ja und Nein zugleich ein Jein, ein Ja aber und Ja vielleicht, sondern Jesus ist das Ja zu allen Verheißungen Gottes und durch ihn dürfen wir dann das Amen dazu sagen. Und in dieser ganz grundsätzlichen Positivität sind wir als Christen verfasst und vor allem dürfen wir glauben, dass er auch zu jedem und jeder von uns ganz und gar Ja gesagt hat und sich mit allem, was er ist und hat, mit Leib und Seele dafür verbirgt. Gott segne und behüte sie alle.